Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate. So, ich wollte mal hier bei den Upgrades reingucken, aber ich glaube, ich kann nicht allzu viel machen, weil ich nicht allzu viel Kohle mehr habe. Jo, dachte ich mir. Okay, mir fehlt die Kohle einfach dafür. Ähm, wo wollte ich denn es eigentlich hin? So. Das ist Level 4, wir sind Level 3, ne? Das sind Palästianten. Auch Level 4. Hm. Level 9. Ja, nee, okay. Und dann werden wir wohl das da machen müssen. Weil, ja. Weil halt. Da muss ich dann. Nicht wahr, wenn ich heute ein bisschen schnaufe. Aber. Ich bekomme momentan ein bisschen schlecht Luft. Deswegen, und wenn ich halt ein bisschen unkonzentriert bin, ja, bitte nicht übel nehmen. Ich bin ein bisschen müde durch. Und, ja. Alles. Läuft gerade ein bisschen drunter und drüber bei mir. Aber es kann ja jedem mal passieren. Nicht alle haben, nicht alle Leute haben gute Tage. Viele haben ja schlechtere Tage. Ich habe mich gar nicht viel merkt gehabt. Da merkt man ja, wie verwirrt ich heute bin. Ich hoffe nur, dass mich das aus meiner Quellen Langeweile erlöst. Wir bleiben in Kontakt. Cletus. Geht mich da! Es wäre nichts dabei! Okay, wir sollen die alle töten. Da rennt euer Ziel. Wo will er denn hin? Bleibt weg von euch. Oh, da ist die Kiste drin im Haus. Okay, der hat sich nochmal flachgelegt. Der ist ja auch schon. Okay, ein bisschen Kohle. Das ist einer von uns, glaube ich. Wo ist denn der jetzt? Na komm hoch. Na? Na komm schon. Der kommt so ein Fenster. Scheiße. Huch, das wollte ich eigentlich nicht. Wir haben einen Besucher. Die wär's, wenn ich stehen lasse. Bis zehn soll ich stehen. Oh, okay. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Okay, das gehört jetzt alles ums. Okay. Ja, Stufe 5 und Stufe 6 Sachen, da brauche ich jetzt gar nicht zu gucken. Die schaffe ich definitiv noch nicht. Wir werden wohl das da machen müssen. Das ist das einzige, was wir schaffen könnten. In dem Haus ist auch noch eine Kiste. Sehe ich das richtig? Yay. Ja, da ist er. Ja, da ist er. 16 für unbefahre Fähigkeiten. Und ich kann einfach nichts machen, weil ich kein Geld habe. Also... Ja. Huch, das wollte ich nicht. Da wollte ich hin. Kann ich denn... Ja, wir haben zwei, ne? Machen wir das mal. Yay. Wir sind Stufe 4 endlich. Sorry gerade fürs laute Schlucken. Wir haben einfach nicht die Kohle dafür. Das ist schlimm gerade. 2000. Die nutze ich eher weniger, wenn dann... Ja, Bolzen nutze ich eigentlich, glaube ich, gar nicht. Wirklich, ne? Wenn, dann nutze ich eher so die... Die Betäubungsfeile oder sowas. Das nutze ich ja eher. Das ist eher so immer ein Ding. So. Wir könnten auch mal, glaube ich, zum Zug eigentlich rennen. Wo ist denn der überhaupt gerade? Wo ist denn der Zug? Was habe ich denn da für ein Löffel? Nein. Alter. Das kann ich vergessen. Okay. Der Zug. Wird mir hier gar nicht angezeigt gerade. Wo ist denn der jetzt? Wie blind bin ich denn gerade? Na? Ich bin gerade sehr blind, weil ich sehe ihn gerade wirklich nicht. Also, wenn ich jetzt hier stehe, sollte der da in der Richtung sein. Also, irgendwo hier? Alter, wie weit ist denn der weg? Und das ist ja schon uns, das Teil hier, das Teil hier, egal, das Deutsch heute. Verschlossene Truhe. Also, Leute, ich bin wirklich sehr, sehr blind. Ach, da oben ist er doch. Ich will mal zum Zug. So. Fänden sie acht Auge, um besondere Gegner zu identifizieren. Ein Symbol zeigt an, ob sie ein Scharfschutz oder Spähe oder Anführer sind. Okay. Oh, ich sag hier, ich bin heute so durch. Verwirrt zu spielen. Sie müssen anonym sein, um mein Ziel gefangen zu nehmen. Sonst fliegt es. Okay. Ich glaube, die Haut von einem anderen zieht es mir über und bin anonym. Ne, natürlich nicht. Das macht man nicht. Kohle! Toll, das ist nicht viel. Den Verfolger verfolgen. Okay, versuchen wir es mal. Okay. Okay. Das müssen wir wahrscheinlich erst mal... Ne, mit. Schnell machen, bevor es... zu spät ist. Dann machen wir auch das da. Das da. Das hier. Und das machen wir noch. Und sind natürlich auch Stufe 4. Yay! So. Den Treffpunkt erreichen. Ist da jetzt wieder Kohle drin? Nö. Nö. Evi? Warst du wieder unterwegs, um die Stadt aufzuräumen? Nö. Okay. Na, gehst du... Hallo? Gehen wir halt da raus. Ich wollte eigentlich aussteigen. Ich glaube, es wird wirklich unser Ziel erreichen, werden wir diese Folge nicht mehr. Ich wollte eigentlich nicht... Ach, die Aussicht genießen. Ich bin nicht doof heute. Ich merke es langsam. Ich werde alt. Mit diesem Schlagring siehst du recht apposant aus. Ein außerordentlich schöner Tag. So, jetzt aber... Ah, okay. Scheinbar müssen wir im Zug bleiben, oder wie? Ich gehe einfach schon mal vorher hin. Ja, du sollst dich in den Zug reinrennen, das ist nicht sehr logisch für einen Mädel. Okay, wir können ja schon noch schnellere Seiten fahren. Okay. Aber unsere Zeit ist leider auch schon um. Das heißt, wir können vielleicht gerade nur so unsere Ziele erreichen, und dann war es das auch heute schon. Weil heute manchmal ganz kurz die 15 Minuten wenigstens mal. Ähm... Ja. Aber natürlich geht es dann auch für euch wieder weiter. Es ist klar. Es ist ja nicht... Damit das Ende ist es nun wirklich jetzt halt... Nur für heute die Folge. Ja, und... Ob mal neue Folgen bei mir auf den Kanal kommen? Ja, es werden irgendwann wieder neue Folgen kommen. Von anderen Sachen. Nicht nur Assassin's Creed und Cinema Sacrifice. Aber im Moment ist es halt so, dass es wirklich erstmal die zwei sein werden. Ich versuche schon immer die ganze Zeit mal hier und da was aufzunehmen. Aber es kam bis jetzt nicht so ganz dazu, dass ich es geschafft habe. Weil immer irgendwas dazwischen kam. Termin, Termin, Termin. Das ist halt klar. Mal ist normal, ne? Und man muss dazu sagen, dass Real Life geht. Nur mal vor. Es... Ich... Habt mal eine kleine Familie. Da muss halt auch mal... Ja. Da muss man halt... Dann doch... Ab... Ähm... Ach, hier. Das war ich mal. So. Moment. Ein bisschen Ziel machen wir es noch. Mit ein bisschen Verlängerung also durch heute. Aber wie gesagt, ähm... Es werden definitiv noch andere Spiele kommen. Äh... Erstmal halt keine mit Webcam. Weil, wie gesagt, ich schaffe es nicht mit Webcam. Ich habe keine Kinect oder sowas. Ich habe wirklich nur, äh... Diese, äh... Hier die Xbox One und so. Und da funktioniert es halt mit Webcam gar nicht. Das ist... Das ist... Ja. Das steht irgendwie nicht so, wie ich das möchte zumindest. So. So. Ich werde jetzt einfach mal hier stehen. Ich gehe nicht direkt da hin. Ähm... Ach, wie auf die Nase. Ich muss festen. Jetzt? Äh... Moment. Ah, jetzt aber. Habe ich die nicht schon? Okay. Okay. Das kostet mir zu viel. Ähm... Die würde ich gerne auf... äh... aufbessern. Ich mach mal... guck mal hier. Bukifahrer. Bukifahrer. Kaufen Sie sich Kutschenpielen. Ah, okay. Waffenbrüder. Wenn Sie Ihren Wuchs in den Kampf schicken, öffnen Sie einen Kampf mit gemeinsamen Salve. Okay. Kuschensabotage. Der Mechaniker, der den Pleiters... Ja, brauche ich gar nicht... Brauche ich gar nicht zu gelesen? Das kann ich gar nicht leisten. Okay. Äh... Mal halten wir das hier. So. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich, man ließ sich, man hört sich. Tschau.